Alles muss sich ändern und zwar sofort. Gemeinsam wollen wir den Klimawandel stoppen, die imperialen Kriege und die Ausbeutung von Menschen und Natur. Und dafür werden wir nicht weniger als das herrschende, zerstörerische System aus Patriarchat, Kapitalismus und neokolonialem Rassismus abschaffen müssen. Und wir sollten auf unserem gemeinsamen Weg dorthin an Menschen wie Steffen Main oder Eleftheria Hambi erinnern, die beide für ein besseres Leben für alle Menschen weltweit gestorben sind. Der eine bei der versuchten Räumung des Hambacher Forsts 2018, die andere durch einen Luftangriff der türkischen Armee in Südkurdistan 2019. Sie war ein Jahr zuvor aus dem Hambacher Forst nach Rochawa gegangen. Deshalb habe ich sehr gerne die Filmpatenschaft für den großartigen und mich wirklich tief berührenden Dokumentarfilm Vergissmein nicht übernommen. Weil das gemeinsame Erinnern an die Ideen dieser jungen Menschen so wichtig ist. Ich wünsche dem Film viele Zuschauerinnen eine große Verbreitung und spannende Diskussionen. Alles Liebe, euer Konstantin Becker Auf der Seite ist die Welt noch in Ordnung. Und hier hinten, da wurde die letzten zwei Tage leider ganz gehörig gefällt. Guten Morgen auf Beachdown im Hambacher Forst. Ich glaube, es war ja eine sehr bewusste Entscheidung, in eine andere Welt auch einzutreten. Der sah einfach total lustig aus mit seiner Kamera auf dem Fahrradhelm geklebt. Hi, wir schlafen drei Leute nachts. Ah, sehr gemütlich. Ja. Hallo. Ich stehe gerade ein bisschen ungünstig. Ich würde dich in einer Minute zurückrufen. Wir haben mit unserem Leben gespielt. Nur, dass jemand von uns stirbt, war nicht geplant. Ich habe schon das Gefühl gehabt, dass das ein besonderer Ort ist und ich sage mal, besondere Menschen auch angezogen hat. Was ich jetzt mache, wer ich jetzt bin, das wäre alles nicht ohne den Hambi so gewesen. Das ist ein schöner Baum. Ich kann zu glauben, dass das halt alles weg sein wird, wahrscheinlich. Und ich finde es wichtig, an Dinge zu glauben, die wichtiger sind als ich. Unkohlen ist die schmutzigste und ineffizienteste Energiequelle von allen. Ich möchte nichts nehmen, aber ich möchte, dass sie da bald auch nichts werden. Es ist ja das Mittel schlechthin, womit wir arbeiten, wenn wir sagen, ihr fällt die Bäume, aber ich bin da drauf. Ich fand es spannend, dass Steffen auch überlegt hat, ist das eigentlich das, was sie auch die rote Linie quasi markiert. Haut ab! Jeder Mensch ist für sein eigenes Handeln verantwortlich. Da ist immer dann die Frage, inwieweit diese Gewinnekompromisslosigkeit, ob die auch förderlich ist für die Sache. Ich weiß es einfach nicht. Ich weiß es einfach nicht. Untertitelung des ZDF, 2020